Der Alpine Ski-Rennsport ist eine technische Sportart, welche hohe Anforderungen an die Geschicklichkeit und die motorische Kontrolle der Athleten stellt. Um die Leistung noch besser beschreiben zu können, wurden in den letzten Jahren immer häufiger Global Navigation Satellite Systems Sensoren verwendet. Bisher war unklar, welche biomechanischen Parameter die Geschwindigkeit beeinflussen. Das Ziel der Arbeit war es, den Zusammenhang zwischen biomechanischen Parametern und der Geschwindigkeit auf ausgewählten Streckenabschnitten im Damenski Alpine World Cup zu analysieren. Anhand der Daten aus den Sensoren konnte einerseits ein signifikanter Zusammenhang zwischen einzelnen Parametern und der durchschnittlichen Geschwindigkeit festgestellt werden. Andererseits konnte aufgezeigt werden, welche Radiengrösse in den einzelnen Kurven zur höchsten Geschwindigkeit am Abschnittsende führen. wiet-icinger geniet 7 5 7 7 8 9